Wenn die Leute einem zuhören sollen, reicht es nicht, ihnen einfach auf die Schulter zu tippen. Man muss sie mit einem Vorschlaghammer treffen. Erst dann kann man sich ihrer Aufmerksamkeit gewiss sein. Was man sagen kann, sind Informationen von zwei Bundespolizisten, die unten an der Grenze arbeiten. Die sind fix und fertig allesamt, mit den Nerven fertig und sie sprechen auch nicht mehr von Flüchtlingen, sondern sie sprechen von Soldaten, die kommen. Der eine hat gesagt, sie schätzen, dass ungefähr 500.000 Soldaten in Deutschland sind, die auf einen Tag X warten. Und dann, was die Polizisten auch noch gemeint haben, 500.000 Soldaten sollen hier in Deutschland bereits sein und 260.000 Bundeswehrsoldaten haben wir. Also dann sehen wir schon eine Größenordnung. Der Staat ist nicht mehr in der Lage, uns zu schützen. Im Gegenteil, er beschließt dann noch Gesetze, wie man Sport schützen und dergleichen. Also die dürfen, wenn ich irgendwie als Reichsbürger bezeichnet werde, einen kleinen Waffenschein, kriege ich den sofort entzogen. Also ich darf nicht mal mehr eine Gaspistole. Die neue Weltordnung ist der Zustand der Weltpolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus. Stimmt das? Nein. Die neue Weltordnung ist der Versuch, eine Gruppe Internationalisten, eine selbst genannte Elite, die ganze Welt zu kontrollieren durch eine von denen aufgebaute Weltregierung. Sie wird diktatorisch sein, nicht demokratisch gewählt. Und da sie nicht gewählt werden, brauchen sie auch keinen Rücksicht auf uns zu nehmen. Ein sogenannter Polizeistaat. Sie brauchen auch eine Weltarmee, eine Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltkultur. Privatbesitz wird nicht mehr toleriert und jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer und diese Daten werden auf einem Weltzentralkomputer gespeichert. Eine Weltarmee, haben Sie gesagt. Wenn die ganze Welt vereint ist, wozu brauchen wir dann eine Armee? Wir brauchen keine Armee. Die Elite braucht eine Weltarmee. Wenn die Völker, wenn die Menschen bewusst werden, was die Elite mit uns vorher hat, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Und sie werden wahrscheinlich in Deutschland schwarzafrikanische Soldaten bekommen, wir in Australien wahrscheinlich türkische Soldaten und so weiter, so wie die Blauhilme heute. Dann haben Sie eine Weltwährung gesagt. Welche Weltwährung bekommen wir denn? Yen, Dollar, Euro? Nein, die Welt wird bargeldlos. Wir werden alle mit Smartcards arbeiten und jeder Pfennig, den Sie dann ausgeben, wird registriert. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Die sind auch nicht christlich noch islamisch. Sie stellen Satan und Gott gleich. Eine Kultur. Was ist denn aus der multikulturellen Gesellschaftsidee geworden? Ja, wenn die Grenzen und die Nationen verschwinden, verschwinden auch dann die Kulturen. Der Sinn der multikulturellen Gesellschaft ist sowieso eine Monokultur. Eine Mischgesellschaft, wo die Menschen das Zugehörigkeitsgefühl für ihre Nation verlieren. Und damit sind sie auch leichter zu kontrollieren. Wie wird Privatbesitz weggenommen? Privatbesitz wird wahrscheinlich nicht weggenommen. Es wird nicht mehr toleriert. Sondern es wird durch extrem hohe Gebühren, so wie Wasser und Müll und hohe Steuern unmöglich gemacht werden, es zu halten. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und die Daten auf einem Zentralkomputer gespeichert. Können Sie mehr darüber erzählen? Ja, jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer mit 18 Zahlen und diese Daten werden dann auf einem Weltzentralkomputer gespeichert. Allerdings, die Technologie für die Implantation von Mikrochips unter der Haut besteht schon. Und die ersten Versuchsmenschen, 6000 Menschen in Schweden und Großbritannien, tragen schon bereits diese Mikrochips unter der Haut. Wenn das alles tatsächlich eintritt, werden wir dann endlich Weltfrieden haben? Nein. Wie ich sagte, wenn die Menschen bewusst werden, was mit uns gemacht wird, dass wir als Sklaven gehalten werden sollten, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Eine Weltregierung bedeutet keine Weltfrieden. Zum Beispiel, ganz heimlich, haben wir folgende Rechte verloren. Das Recht auf Privatbesitz. Weg. Die Versammlungsfreiheit. Weg. Die Redefreiheit. Weggenommen. Die Polizei darf jetzt unangemeldet und ohne gerechtigten Durchsuchungsbefehl unsere Häuser und Wohnungen durchsuchen. Die Polizei darf jetzt unangemeldet und ohne gerechtigten Durchsuchungsbefehl unsere Häuser und Wohnungen durchsuchen. Die Polizei darf jetzt unangemeldet und ohne gerechtigten Durchsuchungsbefehl unsere Häuser und Wohnungen durchsuchen. Die Polizei bitte ausfusш major. Die Polizei darf jetzt ein Cake, die ihr meerdattet und ohne gerechtigt tragen. Die Polizei darf jetzt unge각 Alexander auch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017